Kimi, wer hat das coolste Zimmer aus der Familie? Aaron Mama, wer hat das coolste Zimmer aus der Familie? Deins ist das coolste Zimmer, weil das ursprünglich mal meins war. Du, weil du einen coolen PC hast, eine coole Tastatur, die leuchtet. Glaub ich gar nicht. Doch. Nein. Aaron. Aaron. Aaron, dürfen wir mal dein Zimmer sehen? Nö. Bei 150.000 Likes? Vielleicht.